Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Die Papiere bitte. Natürlich, meine Herr. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Ja, remember. Your contact's name is Fischer. He's wearing a grey officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Guten Abend. Ihr kommt mir gerade aus Berlin. Kunnen Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Es gibt ganz die Straße da. Ich wollte Offiziere wollen. Es ist ganz der besseren Hotel, zum Beispiel. Ja, klar. Kennst du sie? Man kann über Paris sagen, was man will, aber ich vermisse die Heimat. Ich kann das französische Essen nicht mehr sehen. Das würde ich mir fragen. Entschuldigen Sie bitte. Ah. Brauchen Sie irgendwas? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein. Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Kellergarten. Vielen Dank. Gern geschehen. Gern geschehen. Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Das geht. Das geht. Das geht. Aber was... Aber was... Aber was... Aber was... Gern geschehen. Die Resistance wird bald wieder da. Vos camarader sind dein Schema. Die Resistance ist ein Schema. Die Resistance ist ein Schema. Ich bin von deinem Seite. Wer seid ihr? Gute. Ihr seid nicht allein. Ihr seid mit mir, um die Stadt zu retten. Ihr habt meine Hand, ich lege. Vos Schämen sind dein Schämen. Viva die Résistance! Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Wir müssen sofort in den Keller. Durchsucht alle Räume? Ja, Sir. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier in Langfräulein. Wir müssen kurz sein. Wir müssen kurz sein. Wir müssen in der Warrung machen. Leid die Weg. Nein. Sie sehen mich. Use Ihren Koffer zu kommen. In der dritte Koffer zu kommen. In der dritte Koffer zu kommen. In der dritte Koffer zu kommen, in der dritte Koffer zu kommen. Wir sollten nicht zusammensehen. Wir sollten nicht zusammensehen. Mit Höhenberstück. Oder von der dritte Koffer zu kommen. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihrem Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danke mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Und now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English. As you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Kommandant Spiegel. Sehr gut. Sehr gut. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to my return to the fatherland. The French deserve each other. But, my God, I will miss the cuisine. Take the Ortolan. That tiny, delicate songbird. It's eyes poked out so that it can gorge. And then, it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring this sweet flesh. Or watching it thrash to death. But, there is one thing of which I am, certainly. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Rousseau! This is for my comrade. This is for my son. This is for me. Vive la Résistance. Don't you follow me. Yes, I must. Don't hurry and leave. Yes, you can see that there is one day. Yes, don't worry. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich würde sie mir schnellstmöglich ansehen. Sieh. In Ordnung. Schnapp den Spion. Was hat das zu bedeuten? Es wird Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Aber dieser Bereich ist gesperrt. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Ja, angeblich. Bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Der Stand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist eine dieser Tage. Legen Sie Ihre Akten-Tasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein! Ihre Tasche! Sofort! Gah! Gah! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charger. I have to be quiet. Ich glaube, er ist in der Kriegszentrale. Danke, ich werde hier sein, wenn Sie in die Probleme gehen. Was war das? Just one more. Ich hoffe, was passiert. Ich bin der Kriegszentrale. 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 Es gibt das 그렇죠! Ich bin der Kriegszentrale. Ich bin der Kriegszentrale. M actually, es gibt das Geldzessezentrale. Ich glaube auch nicht, das ist ein Ohr. Das ist etwas Lesson, das ist ein Ohr für You, Private. Ich warte noch mal auf deinem responsabilität! Sie ist auf die Marke! Go, go, go! Stop! APC incoming! Throw down some smoke! Pockets on the second start! Enemy's true! Move up! Go, go! Smoke grenade! I need more ammo, sir! It's gonna be true! Keep moving! Keep moving! Keep heading out! Keep heading out! We gotta make it to the garrison! Stay down! You have to meet with Crowley and set up defensively. The Germans fight like hell to hold the garrison. Crowley! The garrison's almost clear. It's not over yet. The Germans are not over yet. Don't stop! We're in the valley! Don't stop! Don't stop! Don't stop! That's what the hell is! Jerry's still inside. We have to take him out. Yeah. Take this. Rousseau, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. Area clear. Daniel, Susman, head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest down here. We're dead, kid here! Knees Jesus! Down! First aid, kid here! Room clear. Got to set up defenses. Germans will be here soon. We'll see them coming from here. If they get close, use the Molotovs. The whole city's fighting back. We're almost there. They're throwing smoke down the street. Here they come. Daniels, aim for the driver. Everyone else, wait till they're in range. MGs, open fire! Keep them off that bridge. Maisen mode en direct! Stop! M-bätzen! Let's go! M-b setups! M-bους! Reg Grant! Schrauber in front! Sniper! From the building across the center! They're getting too close! Enemies in front, use your Molotovs! Halfjacks coming in front! Grenade out! Take out that half-track turret! Grenade out! They're making a push! Use balls out of cocktails! Your hands are switched! In thecar coach! Grenade out! 뜰re 1-0 streak should be rebuilt! Unexquerred 받아 on the ground! Suspect is sw Noch! Böyle scishly 1950s that you're between. I am a first mate, kid! First Aid Kit's ready! Daniel, First Aid Kit's ready for ya! Grenade out! First Aid Kit's ready! Grenade out! We've got to get out of here! Come on, Daniel! Incoming half-track! Take out that half-track! They're retreating! We did it! Push them back! We did it, Daniel! We've got to get out of here! What? We've got to get out of here! 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 Lass uns die Zeit nicht mehr überrascht! Lass uns die Zeit nicht mehr überrascht! Er ist gut, Leute. Er ist gut. Wir haben es geschafft! Die Ghost-Forces sind in die Stadt gekommen. Wir sehen uns das Champagne und Caviar, nachher. Hey, Daniels. Du denkst, dass ein junger Mädchen für einen G.I.? Entschuldigung, Alter. Das war nur ein Böscherzimmer. Jetzt weiß ich es. Die Stadt der Lichter sind. Endlich. Einmal etwas zu feiern. Hey, Crowley. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die Franzen haben Paris gewonnen. Das ist nicht genau überrascht. Die Krieg ist nicht fertig. Komm, Piers. Lass sie das haben. Das ist das für Turner. Das ist das für Herr. Das ist kein hollereser explains. Das ist das für Herr. Das ist das Knie. Das ist der Knie. Das ist der Knie. Das war eine Einung. Untertitelung des ZDF, 2020